Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wobbly Live, weißt du schon, glaube ich? Wieder mit dem Max hier links neben mir. Hallo, wir halten Händchen. Ja, ganz süß. Und gleich nach dem Intro... Knutschi, Knutschi. Hey, der hat den Hydranten überfahren. Ja, du müsstest mich mal loslassen. Okay, und gleich nach dem Intro seht ihr, was hier so abgeht. Geile Show, Mann! Hui! Oh, ich liege am Boden und bin tot. Bewusstlos. Du hast es ins Intro reingelabert, glaube ich. Ja, das kannst du ja zusammenschneiden. Warum mache ich nicht mehr auf? Du musst eine Taste drücken. Ah. Okay, also im Spiel geht es darum, dass wir uns Geld verdienen, um unser eigenes Haus zu kaufen. Machen wir doch das gleich mal, oder? Was müssen wir machen? Äh, wir müssen, äh, warte, nehmen wir uns ein Auto. Ja. Fährst du? Okay. Warte. Kannst du damit einsteigen? Ja, klar. Wie geht die Map auf? M. Ach, bist du schon drinnen? Ja. Okay. Okay, du musst links. Links? Ja. Ah! Alter! Jetzt lässt du dich aber voll beschissen steuern. Ach, Quatsch, du kannst das nicht... Hey! Hey! Die Straße immer geradeaus, bis es nicht mehr weiter geht, dann rechts. Alter, das ist voll schwer zu steuern, also wirklich übel schwer. Rechts? Du kannst es bloß nicht. Sagt der Richtige, der immer nicht Auto fahren kann. Ah, schau, die Brücke war gerade runtergekommen. Da hat es... Das ist... Das Tankstelle müssen wir. Kann man da hinten aufmachen? Ja. Echt, kann man? Ja. Geil, das heißt, man kann das jetzt hier... Hinten reinpacken. Achso, nein, stopp. Ich bin nicht zu kaufen. Du musst den Dings nehmen. Ja, ich versuch's gerade. Hä? Jetzt hast du ihn. Was? Nee. Okay, Dad. Ja, okay. Kannst du mich nicht zu dir aufhalten? Ist das jetzt dann eigentlich unser gemeinsames Konto, wenn wir da Geld verdienen? Nee, jeder kriegt selber Geld. Also müsste ich das jetzt praktisch... Nee, das wird aufgeteilt. Was? Das wird aufgeteilt, das Geld jetzt. Weil wir zu zweit... Warte, wir müssen es zu machen hinten. Mach doch zu jetzt. Okay. Los geht's. Kennst du den Rückweg noch? Äh, ich denke. Okay. Sieht man ja eh von Weitem. Oh, oh. Jump! Und links. Boah, ich hab's sogar ohne was zusammen kaputt zu fahren. Wahnsinn. Respekt. Äh, ja. Ähm. Da ist immer mal nicht so gut. Kannst du hier gleich rechts fahren. Ja, das wollte ich gerade. Fein, halt zusammen den Typen. Ich pack noch besser ein. Lass mich mal. Warte mal, ich probier's jetzt nochmal. Der Max hat nicht das, ähm... Feindgefühl. Voll geil gespielt. Jeder kriegt 10. Das können wir jetzt... Muss ich damit machen? ...in zur Bank bringen. Das muss ich jetzt in die Hand nehmen, gell? Ja. Tu mal, es ist hinten in den Kofferraum rein. Das ist unser Geldtransporter. Da müssen wir es jetzt noch gar nicht zur Bank bringen. Wir müssen nicht, aber können. Äh, was... Er sagt nochmal irgendeine Aufgabe, gell? Ja, die gleiche nochmal, glaub ich. So. Schauen wir mal, wo es tolle Aufgaben gibt. Und zwar... Wie geht das M? Achso. M. Fall einfach mal in die Stadt, weil ich hab... Ich würd gern Pizza ausliefern. Okay. Das stelle ich mir cool vor. Hier, wo müssen wir wieder links und dann wieder rechts rein, oder was? Da, wo die... Neben der Tankstelle, glaub ich, ist die. Pizza Raya. Aus dem Weg, Taxi! Äh... Wow. Macht der jetzt fest an uns? Da sind halt vorbei. Achso, der will jetzt unbedingt vorbeifahren, oder was? Weiß nicht, was der macht. Was macht der denn? Umdrehen, glaub ich. Jod. Ich muss schon, dass er aber weitergefahren wäre. Musst du rechts. Ich weiß. Am besten nicht ins Wasser. Alter, der verfolgt uns. Das macht der denn? Hui. Jetzt links die Pizza hier. Siehst du? Links, 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 links. Können wir schön hinten in unseren LKW die Pizza reinpacken. Ist da vielleicht eine Bank hier? Nee. Das ist kein ATM. Aber du musst mitkommen. Sonst nehmen wir es nur beide an. Wenn einer aus anderem reicht, glaub ich. Krieg ich auf die Pizza? Nimm eine Minute Zeit. Eine Minute bloß. Ja. Schnell mach den Kofferraum auf. Ja, ich bin dabei. Nein. Du musst einfach mit deiner Hand draufdrücken. Hä? Warte mal, da ist nur noch zehn Geld drin. Hä? Sollten gleich zur Bank fahren, dass es verschwindet. Ja. Wo muss ich hin? Bei der Tankstelle war ein ATM. Weißt du, gleich nebenan. Nee, aber wo muss ich mit Pizza? Wir haben nur 30 Sekunden. Oh. Auch. Ja, fahr mal Richtung. Also links. Jetzt immer der Straße folgen. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Upsa. Da ist... Nicht mal. Nicht mal. Nee! Darf man nicht. Na toll, Max. Alles klar. Da fahren wir jetzt zur ATM. Ja, wenn wir überhaupt noch Geld drin haben, ja. Wo ist denn der nächste? Äh, links wieder? Äh, oder... Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt. Hä? Da. Unten am Bahnhof. Rechts. 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 Was jetzt? Jetzt rechts? Da! Genau. Jeder nimmt sein Geld. Ja. Weil es nur noch eins gibt. Nee, es sind zwei. Kann ich aufmachen. Hä? Upsa. Sag doch, es ist nur noch eins. Wann, in der zehn. Okay, dann lassen wir mal auch... Wer ist jetzt du? Ja. Ich will auch mal fahren. Machst du super. Ja, rückwärts. Ich weiß gar nicht, ob wir rauskommen. Äh, fahren einfach geradeaus. Durch den Tunnel. So, geht schon. Okay, was machen wir mit der Pizza? Ja, können wir machen. Wir können auch Feuerwehr und sowas machen, gell? Und Rettungsdienst. Echt? Ja. Dann machen wir doch das. Okay. Mach auf, der verfolgt uns jetzt wieder. Echt? Ja. Machst du wirklich? Hey, Freizeitpark! Können wir da auch Geld verdienen? Ich glaube nicht. Okay. Alter! Da können wir uns Autos kaufen? Das Burgerladen? Wo ist denn das Krankenhaus? Wir verfolgen uns immer noch, Lukas. Oh, ich hab Angst. Hier ist das Krankenhaus. Ist denn das Verschlüssel da? Vertankst du da? Keine Ahnung. Oh ja, ist das? Das war meine Dampfe, die ist umgefallen. You don't own any vehicles. Okay. Okay. Okay, gehen wir ins Krankenhaus rein, oder? Ja. Das ist, wenn man den hier fährt, kann man da... Kann man hinten auch aufmachen. Dann müssen wir dann die Patienten einladen. Aber du musst mit reinkommen, sonst kannst du die Aufgaben nicht ändern. Na ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich komm schon. Ich komm schon. Yay. Guten Feuerlöscher. Wow. Ich fliege. Da ist die Nurse, schau. Wart auf mich. Nur nicht annehmen. Hi there. Take Ambulance and find patient, load patient and transport patient to hospital. 2 Minuten. Schnell. Notfall. Alarm. Wo muss ich hin? Links. Kann man hier nicht Blaulicht anmachen, oder so? Legen wir schon, ja. Geradeaus. Ja, ich versuch's, ja. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Warum übersteuert der denn so? Dann links. Links. Da brennt's. Wo brennt's? Ah, da. Das ist ein Auto. Autounfall. Ein Autounfall. Du meinst, ein Verkehrsunfall. Pass auf, die Tragelepp steht da schon. Machst du auf? Ja, ich versuch's. Ich hab den Patienten. Reiner mit. Der passt da nicht rein. Doch. Sohne muss in die Ecke, gell? Jetzt ab. Schieb. Schieb. Geh, ich tue zu. Sehr gut. Los geht's. Umdrehen, oder? Ja. Dann, äh, Tankstelle rechts. Das schaff' ma. Das schaff' ma. Auch wenn danach keine Ampel mehr stehen. Dann gleich hier stehen. Ja. Gibt's doch nicht. Ich treff' nicht. Max. Ja, ich treff' doch nicht. Mach du. Ich kann das nicht. Mach du mal. Alles klar. Machst du mit? Oh, noch 15 Sekunden. Weiß. Nein, ich häng fest. Alter. Jawoll. Geil. Jetzt bringen wir jetzt aber gleich zur Bank. Ah, hier ist schon die Bank. Guck. Ja. Geil. Wollen wir noch einen? Ja, wollen wir noch einen? Dann können wir uns mal ein Kleidung kaufen, wenn du willst. 2 Minuten. Ich hab keine Uhr. Hä? Oh, jetzt. Ich hab 5 Minuten. Warte, brem wir es nochmal ab. Das würdest du da mal nehmen. Yes. Jetzt hat? Ja. Ah, jetzt. 4 Minuten. Ja. Steht unsere normale M. Ja, die steht noch daneben. Die gleich wieder. Okay, geradeaus. Yo. Bei der nächsten Kreuzung. Hier ist noch offen. Jetzt ist es besser so. Gleich einladen. Alles bereit. Dann nach der Kreuzung wieder rechts. Wir müssen zu dem Atomkraftwerk. Ja. Ja. Jetzt kommt natürlich auch ein Zug. Super. Komm ich da raus hinten? Rechts. Was ist hier denn noch? Ein Hafen. So. Da ist eine Straße da hinten. Rechts, 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 rechts. Ah, ja. Wow. So wird das nix. Ich weiß. Der Straße folgen, möglichst ohne ins Wasser zu fallen. Das ist leichter als gedacht. Leichter als gedacht. Ich hätte gesagt, das ist dann rechts. Ah. In der Fabrik ist es drin. In der Fabrik? Ja. Da ist ein Tor. Ich mach das auf. Da oder was? Anscheinend. Da vorne, ja. Achtung, pass auf, da ist Atommüll. Ist krank hier reingelaufen. Boah, passiert aber nix. Hey, hier können wir auch einen Job erledigen. Nein, ich bin fest. Wird gern so einen Atomjob machen. Machen wir danach hier einen Job. Äh. Sag mal. Ist das schwierig. Stecken, rennen. Stecken, rennen. Soll ich zumachen? Transport ist es. Jetzt hängt er fest. Na jetzt. So. Was geht's? Geradeaus einfach. Ach so. Da kann man den Zaun ja umfahren. Jawollo. Pass auf, nicht wieder runterfahren. Ja, ja. Dann links. Die nächste wieder links. Alle Ampeln weg. Wir wollen keine Ampeln. Packen wir ja gleich direkt davor. Upsa, ein bisschen weit. Was soll er verstehen? Hab ich, bin ich. Geld weg. Ich hab's doch. Ich kann das auch. Patienten muss man zu zweit transportieren. Ja genau. So muss man ihn zu zweit transportieren. Und das hast du mir. Viel Spaß. Dann mach du wieder. Ja. 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 Hallo? Ja. Jetzt hat. Läuft es hier? Jetzt will ich noch ein Atom. Nehmen wir wieder einen Krankenwagen, oder? Ja. Rechts. Urbands. Streetwear. Cool. Rechts. Ja, macht's doch schon. Wollt noch ein paar Kinder auf dem Spielplatz entplanen. Kinderplatz. Oh, 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 oh. Wart auf mich. Ja. Ich will mit. Warte. Ah ja, ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Gut, kannst los. Ich weiß ja nicht wie. Jetzt hast du wahrscheinlich. Probier ich grad. Geht nicht. Großschreib. Probier ich auch. Geht auch nicht. Jetzt hast du erbeugt, dass ich eher nach vorne. Controls. F. Ne, F ist aussteigen. X. X. Ne. U, E. Auch nicht. Links, rechts, rechts. Ah! Man muss einfach mehr nach oben gucken. Ah. Nice. Nice. Weißt du denn was, gell? Ja, da zu dem Atomkraftwerk, oder? Ja. Rechts da, bei diesem Strommasten. Gebt mein Bestes. Ich frage jetzt nur, wie kommt man jetzt da wieder runter? Oh, oh, oh. Indem man zum Gas geht. Pass auf, ich hab gesehen, die explodieren sehr leicht. Nein, ich wollte da oben. Mann. Ich wollte da oben draufstehen. Schau dir diese Landung an. Schau dir das an. Jetzt mach ihn doch nicht, jetzt verschieb ihn doch nicht. Der war so schön gestanden. Mann, Lukas. Ab geht er da, Peter. Ich mach mal hier auf. Oh, da kann er voll viel mit. Alter, wie das alles wackelt, die ganzen Rohre hier. Können wir jetzt nicht einfach ins Meer fahren? Nein, ich bin vorbeigesprungen. Oh, die explodieren, wenn du... Wenn wir sie nicht klönen. Au. Oh, meiner Sache. Oh, jetzt bin ich grün. Du auch? Ja. Nein. Toll, das hat mich auch erwischt. Vier haben wir schon, einen müssen wir noch. Ich hab einen. Mach zu. Okay. Mann. Los, geht er. Ich muss aber langsamer fahren, glaube ich, als sonst. Wo müssen wir denn hin, eigentlich? Irgendwie. Oh Mann. Ach, da. Äh. Deck fest. Äh, wir kommen nicht mehr weiter. Festgepackt. Komm wieder vorn. Kannst rückwärts auch nicht fahren. Nee. Lenk mal ein. In welche Richtung? Schenk mal aus. Wann mal. Ich fahre mitziehen. Versuch's. Nach, nach, äh. Tut sich nix. Toll. Und rückwärts? Warte, ich hab ne Idee. Schiebst du mich an? Ja. Ey, wir haben nur noch zwei Minuten. Ich glaub, das, das, das Depot ist irgendwie auch. Ja, das ist, äh, ich hab schon gesehen. Ah, jetzt halt, warte. Äh. Ja, das. Und? Ja, jetzt komm ich wieder nirgends mehr hin. Wenn du weg bist, komm ich vielleicht runter. Nee. Ja. Ja. Ach, wenn jetzt die Giftfässer bald rausfallen. Fahr jetzt lieber die Straße dann runter. Da kommen wir da am schnellsten hin. Wenn du dann rechts fährst. Wie, rechts da, wo uns der Bus steht, oder was? Ja. Beda. Konzentration, Max. Was machst du denn? Rechts. Sehr gut. Alter. Wieso kannst du nur nicht fahren? Ja. Eins fällt recht raus. Eigentlich müssen wir doch da bloß runter, oder nicht? Nee, nee. Jetzt hat, ganz feuchtig geradeaus. Vorsichtig, die Straße. Und jetzt? Äh, dann, da vorne links, die nächste. Also, über die Brücke da, oder was? Nee, nee, davor wieder links. Diesen Feldweg. Nicht so schnell. Wir haben keine Zeit mehr. Vorsichtig, den schnell, den schnellweg runter. Der Atommüll, Max. So, wo ist denn mit dem schon? Ich, ich, ich gebe ja nicht mal Gas. Da unten muss er hin. Da unten muss er hin. Ja, dann fahre ich jetzt einfach runter. Na toll. Oh. Okay. Das war's leider. Was ist das denn? Was ist jetzt passiert? Du bist gegen mich gesprungen, wo du wusstest. Was ist das für ein Vieh? Ich fahre nicht nach Hause. Louis. Das geht nicht. Fahr mal, du. Jetzt fahre ich. Hast du gesehen, wie die Rohre da hinten zappeln? Die, was? Die Rohre. Ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade, warum hänge ich hier fest? Sie ist. Toll. Ja, okay. Oh, ich bin grün. Da oben drauf explodieren sie wohl nicht. Nee, nee. Dazu explodieren sie nicht. Auch nicht, wenn du sie in der Hand hast. Ist es schon fünf? Es sind schon fünf. Vielleicht hat ein paar mehr mit, jedenfalls, wenn sie verlieren. Ja, okay. Nein, jetzt hast du mich da weggeschubst. Wieso? Ja, langt schon. Komm. Du bist grün. Ah. Alles klar. Mein Hubschrauber ist eigentlich weg. Mein Hubschrauber ist weg. So. Muss echt langsam, vor allem beim Gas geben, musst du langsam sein, weil sonst geht hinten die Klappe auf. Ach, die geht nicht auf. Doch, ist gerade eben schon fast aufgegangen. Ja, nur weil die ganz besser dagegen gestoßen sind. Was macht er denn? Alter, was ist dem denn? Er ist Psyfa. Er ist Psyfa. Halt jetzt den auf. Polizei kann man, glaube ich, nicht machen, leider. Polizei. Schön langsam und vorsichtig. Ja. Oh, Ballon fahren könnten wir danach. Das machen wir danach. Ja. Müssen wir dann aber zudem zurückkommen, um das Geld zu bekommen. Musst du aber über die Brücke, gell? Ah, nee. Ist man nicht gestoßen. Und pass auf, hier den Berg, da musst du bremsen, gell? Also da darfst du nicht mehr Gas geben, da rollt er automatisch runter. Okay, wir haben noch zwei Minuten. Uns dürfen dann unten keine Fässer kaputt gehen, gell? Auf den Boden fallen. Ja. Frisst der Louis die dann? Der was? Der Louis, da steht, da stand der Name dran. von Louis, von diesen Monsters, das da drin wurde. Echt? Louis? Süß. Louis, 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 Louis. Oder Brother Louis. Ich kann das jetzt aussuchen. Ja. Schön langsam und vorsichtig. Kann ich doch. Da steht Louis. Aber man muss die da auf das Förderband legen. Die müssen da bis reinrollen. Ja. Okay, ich nehme eins. Yay. Nein! Ich komme. Nein, das eine fällt gleich raus. Ich habe gleich zwei drauf. Ich kriege die nicht in die Hand. Ja, lass mich liefern. Ah, jetzt geht's. Kriegst du sogar eins mehr, Louis? Weil wir dich so gern haben. Lecker Schmecker. So, das bräuchte mir in echt auch so eine Tummel. Ja. Ah, 50. Schau. Gibt gar nicht mehr. Ist doch Geld. Ich will jetzt mit dem Kahn transportieren das Geld. Nein, da habe ich Angst. Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht, kann man sich aufgeben. Angst um mein Geld, wenn es da hinten drauf liegt. Da liegt ein Burger, also das ist ein Burger-Auto. Dann fahre ich lieber, wenn da unser Geld drauf ist. Schau mal, das ist echt ein Burger. Ja. Warte, warte, warte auf mich. Lass mich mal fahren. Jetzt bin ich drin. Wo bist du? Ach so. Langsam fahren, langsam. Langsam. Unser Geld. Ja. Kannst du gucken, wo die nächste Bank ist? Das muss so ein Geld-Symbol sein. Also du musst jetzt mal hochfahren. Ja, direkt hoch und dann bei dieser, wo wir bei der Brücke abgebogen sind. Ja. Gegenüber von dieser Brücke praktisch da ist ein Dollar-Zeichen. Ach so, warte mal, ist das Dollar-Zeichen Geld-Automat oder ist das ein Auftrag? Ich glaube ein Geld-Automat. Fahr mal hoch. Ich habe Angst um unser Geld. Nicht ins Wasser fallen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kleiden wir uns mal schön ein. Ja, machen wir. Ah, das ist eine Tankstelle, das Geld. Ja. Aber leider musste Lukas zwei Folgen aufnehmen. Ach so? Ich dachte, wir warten einfach bis nächste Woche. Ach so, dann warten wir bis nächste Woche. Das können wir auch machen. Außer dir gefällt es gerade gut. Dann mache ich zwei und du zwei dann. Das können wir ja auch machen. Ja, aber dann geht ja unsere Reihenfolge durcheinander, oder? Nee, wenn ich zwei mache und du zwei, dann ist es wieder gleich. Obwohl, nee, wir machen ja, stimmt, wir machen nur zwei Folgen. Nee. Wir machen vier Folgen von dem Spiel, das ist eigentlich egal. Kann mein Geld nicht aufheben. Ich gebe sie raus, warte. Ich gebe sie in die Hand. Hier. Hier. Was hast du losgelassen? Ich hasse. Geh da durch. So, komm mit. Hier. Richtig. Nein, du musst erst mit ausgestreckten Armen laufen. Ja. Danke schön. 150. Sollst du Ballon fahren? Ballon fahren? Ja, ich mag schwarz-weiß. Nimm den anderen. Wie funktioniert das? Wir sind nicht. Nach oben gucken, wahrscheinlich. Und, wie geht's? Ich flieg noch nicht. Oh. Du musst diesen schwarzen Boppel anhalten. Yay. Und die Richtung? Bestimmt man wie? Komm da nicht mal an dieses schwarze. Nach oben schauen. Kann man irgendwie lenken? Schön. Äh, ja, irgendwie schon dahin, wo du hinguckst, glaube ich. Nein, ich geh wieder runter. Mein Satz. Schön. Da ist ein Fernsehcenter anscheinend. Da müssen wir mal hingucken. Wo bist denn du? Und eine Seilbahn. Wo bist du denn? Mal über dir? Ich flieg ins Schneeparadies. Ah, ja. In die Alpen. Du darfst bloß nicht loslassen, gell? Sonst gehst du sofort runter. Nein. Aber Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir hier schön landen und uns schöne Klamotten kaufen. Bis bald. Bis bald. Tschüssi. Macht's es gut.